Ja hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute ungeschwingt und aus der Noob-Perspektive mit Handy gefilmt. Ist noch ein ganz kurzes Zwischenvideo. Ich dachte mir, in diesen aktuellen, ein bisschen schwierigen Zeiten, wollte ich euch eine kleine Freude machen. Dachte mir, ich schieb mal eine kleine Verlosung zwischen rein. Ihr könnt zwei verschiedene Pakete gewinnen. Und ich würde mal sagen, ich sag euch auch gleich mal was. Und zwar einmal ein Jeffree Star Liquid Lipstick in... Fokussiert das? Dieser Farbe. Ich hab den auch. Der sieht so aus. Und das ist der Swatch dazu. Eine sehr, sehr schöne Farbe. Ein sehr schönes Rot. Und dazu gibt es immer ein paar Goodies aus meiner Verlosungsbox. Und das zweite Paket ist leider, leider zum dritten Mal. Die Jasmin Palette aus der Essence X Disney Kollektion. Die ging leider die letzten beiden Mal nicht weg. Die Gewinner haben sich jeweils nicht gemeldet. Was super, super schade ist. Weil auch hier war das Paket schon fertig gepackt. Also auch zu der Palette gibt es noch ein paar Goodies. Und jetzt sag ich euch gleich, was ihr das für tun müsst. Eure Gondent meines Kanals seien, dem Video einen Like da lassen und einen Kommentar schreiben. Mit dem Hashtag Erdmännchen, dass ich weiß, dass ihr teilnehmen wollt. Welches Paket? Also das mit dem Liquid Lipstick. Oder das mit der Jasmin Palette. Und dann würde ich sagen, schreibt mir mal irgendwas Positives. Was findet ihr aktuell super? Was macht euch glücklich? Was findet ihr gut? Lasst einfach ein bisschen noch was Positives da. Und die Verlosung geht zwei Wochen. Danach gebe ich den Gewinner hier unten in der Infobox, beziehungsweise die beiden Gewinner, hier unten in der Infobox bekannt. Steht euch am besten Wecker oder sowas, ihr es nicht vergesst. Ja, und dann hoffe ich, euch geht's gut, ihr bleibt gesund, ihr seid gesund und gute Nerven weiterhin. Bis nächsten Dienstag, macht's gut!